Hallo, herzlich willkommen zurück zu Fall Guys mit Aschna und wir. Und wir wollen hier keine Zeit verlieren, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen gleich weiter. Wir sind vollgestoppt mit Äxten. Und wir müssen rennen und springen. Ich habe mir gerade Applaus gekauft. Ich kann jetzt applaudieren mit meinem Vogel. Ja. Wenn wir die Zeit dazu hätten, sage ich, mach mal, zeig mal. Aber irgendwie ist das hier alles immer so hektisch. Ich kann es am Anfang am Start zeigen kurz, aber ich weiß nicht, ob ich neben mir stehen werde. Ach so, so geht das, wenn man noch nicht los wird. Man sieht es bei dir ja nur am Bildschirm, wenn ich neben mir stehe. Ja, oder ich muss mich so drehen. Ich kann ja mit der Maus so drehen, aber... Müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht stehst du uns, wenn ich nehme. Oh, jetzt darf ich auch mal. Ich darf auch mal die Wippe... Ey. Voll schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Ich freue mich jetzt einfach mal. Du machst jetzt eine neue Erfahrung. Ja, unbedingt. Okay, also braucht man ja einfach nur rennen und springen. Da liegt schon das Problem, das Springen. Das Ausbalancieren ist halt das Problem. Du darfst nicht zu weit links oder rechts gehen. Okay, du bist neben mir. Links da. Los, jubel. Das geht nicht. Oh nein. Jubel jetzt. Nein, bloß nicht. Der pinke Sack ist vor mir. Ah, ich wurde runtergeschobst. Ich bin neben dir. Du bist mitge... Da bist du hinter mir. Ist das Biest? Ist das Biest? Oh, dieser Pinke, der ist ja wirklich... Läuft bei uns. Nein! Ja, läuft. Also, ich bin immer noch am Start. Finde ich gut. Okay, jetzt. Aber dieser Pinke, der ging mir voll auf den Geister. Der hat mich auch versucht. Ja, der hat ja auch gezogen. Ja. Komm, Frit, geh auf den Weg. Okay, ich bin wieder am Rennen. Juhu. Du bist vor mir. Ich sehe deinen blauen... Dein Pfeil da. Komm, ich helfe. Hier geht gerade gar nichts mehr. Springen, springen. Meinst du das? Nein, 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 das ist los. Komm, komm, ich spring alle. Verdammt. Der Donut hat mich gekickt. Nein. Ich esse den Donut gleich auf. Der Donut ist toll. Lass mich mit hoch, lass mich mit hoch. Okay, yippie. Du bist ein bisschen vor mir. Ich bin direkt hinter dir auf der Plattform. Ah, okay. Alter, ey, der Wolf. Habt ihr euch gerade geprügelt? Alter, der... Ich weiß nicht. Oh nein, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ich bin runtergerutscht. Ich bin einfach mal wieder zu ungeduldig gewesen und gesprungen. Wo ich hätte nicht springen sollen. Steh auf, steh auf, steh auf, steh doch auf. Komm, das schaffst du. Ähm, kann mal jemand diese Plattform wieder runterholen? Danke. Okay. Nein. Ich bin runtergerutscht. Nein, 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 nein. Was ist mit dem? Der springt auch irgendwie in die falsche Richtung gerade, der eine. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich sehe dich gerade, ne? Hinter mir, vor mir, keine Ahnung. Oh, wieso liege ich denn schon wieder? Steh auf, Junge. Steh auf, ich sehe den Pfeil auch gerade. Ey, ich spring einfach mal, wenn ich nicht springen sollte. Nein, komm, lass mich rauf hier. Ich spring doch einfach fünf Meter hoch. Das gibt's doch einfach nicht mal jetzt zum dritten Mal runter. Sind schon neun qualifiziert. Oh, mein Gott. Nein. Guck, nein. Nein, ich komme einfach mal nicht hochgesprungen. Der kann einfach nur zwei Zentimeter hoch springen. Also, wenn überhaupt. Okay, jetzt Konzentration. Ich habe hier auch einen Vogel neben mir. Gut, 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 gut. Und auf die gelbe. Hopp, 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 hopp. Nein. Das ist diese... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm, ich schaffe es. Mit einem anderen Vogel. Also, ich bin noch lange nicht durch. Ich habe noch gefühlt zehn vor mir. Ich bin qualifiziert. Oh, wie gut, wie gut. Oh Gott, es sind noch 33. Nein, ich rolle hier schon wieder hin und her. Ich such dich gerade. Die pinke Plattform kommt einfach nicht runter. Nein. Nein. Ich bin so traurig. Ja. Das erste Mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Gute ist, aus zehn Fehlern lernt man ja, ne? Nächstes Mal bin ich besser. Und tschüss. Oh Gott, jetzt muss ich allein weitermachen. Boing. Ich kicken immer. Okay, ich schaue gleich mal, wo du bist. Und erst mal schauen wir, was das für ein Spiel kommt, ne? 43 Spielern ist das nicht so einfach, mich zu finden. Wenn du falsch, wenn du mich verklickst und weiterklickst, kannst du mit E1 zurückgehen. Mit der anderen Seite. Oh, klar. Bitte nichts mitzuhören. Den Kreisel will ich, bitte. Den Kreisel. Jetzt kommt ein Teamspiel, oder? Kommt doch bestimmt ein Teamspiel jetzt. Bitte nicht. Gerade noch nicht. Nichts mit Schweif. Ja, Team. Oh Gott. Hexenwerk, was ist das? Was ist das für ein Hexenwerk? Ich muss die greifen, irgendwie, um die zu verhexen. Ja, ich stehe auch. Das erste Team, das ein Blatt verhexen ist, scheitert aus, dann verstecke ich mich doch mal irgendwo. Okay. Wir sind gelb. Team, strengt euch an. Da warst du. Ha, da bist du. Sie sind gelb. Lass dich nicht verhexen. Ach, sonst sind es nur zwei Teams, okay. Aber kannst du nicht auch verhexen jemanden? Ne. Äh, doch. Aber ist denn zu riskant, oder was? Ich weiß gerade nicht, ob ich das noch habe. Oh, da ist ja einer von dir. Oh Gott. Ich gehe mal auf die Suche. Ja, guck mal, da steht einer. Hä? Hast du jetzt verhexen? Ne, da hat sich nichts getan. Was war das denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du die verhexen sollst. Ich habe es nicht richtig, also ich war zu langsam gelesen. Ich stehe gerade nicht, äh. Ach, da sind ein paar, der es verhext. Schnell renn, bitte. Oh nein. Jetzt bist du auch verhext. Also du kannst nur verhexen, wenn du so ein Ding hast. Ne. Ach ne, ich muss ja nicht mein eigenes Team verhexen, ich bin blöd. Ne. Hier den. Haha, du kleiner Spreckvogel. Sehr gut. Ich sehe keinen mehr, die sind alle, alle schon verhext. Oh nein, nur noch ein blauer. Ein blauer, wo ist der blaue? Dann haben wir gewonnen. Ja, stimmt. Ja, geschafft. Wie cool. Ich habe ganz viel damit alles gehabt. Und tschüss. Boah, ich bin noch eine Runde weiter. Oh, noch 20. Jetzt wird es spannend, es wird spannend. Ich drücke dir so die Daumen. Da sind aber ganz schön viele ausgeschrieben. Ja. Na, 20. 20, es waren nur zwei Teams. Also ich denke mal 20, 20. So Teamspiele, da scheiden echt viele dann aus. Ja, der ist ein ganzes Team. Du hast aber die 20 vor mir gesehen. Der hatte ich noch gar nichts gesehen. Oh, schweige. Ach, scheiße, schon wieder so ein Team-Ding, oder? Hol dir mit. Oder jetzt alleine. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob das Team-Ding stand. Ich glaube, du machst es alleine, ohne Team. Du brauchst halt einen Schweif. Da bist du ja. Hol dir einen Schweif. Oh, du hast nur 1,30 Uhr Zeit. Das ist ja hart. Gib mir deinen Schweif. Wie viele Schweif es gibt denn? Schweifst du? Schweifst du? Scheiße. Oh, das ist schwer. Hab ich ihn? Ja, du hast einen. Nein, wieder her. Man sieht ja gar nichts. Oh, ist das schwer. Kacke. Oh, ich sehe auch nichts. Ich habe einen. Jetzt mach dich vom Acker. Ja, bei denen die im Schweif haben. Oh Gott. Gott, lass dich kicken. Ja. Ja, der ist gut. Hält das stehen. Das ist auch gut. Nee. Voll gut. Oh Gott, noch 50 Sekunden. Achtung, da kommt einer. Versucht mich zu kriegen. Oh, der kommt. Nein, die andere. Scheiße. Die blöde Ananas. Oh, ist der Oll. Man, 50 Sekunden sind plötzlich ganz schön lang, ey. Nein, wenn du. Nein, die andere Leute. Hinter dir, hinter dir. Kriegst du ihn, du kriegst ihn. Der war nicht wohl auch. Boah, jetzt kommen sie alle. Hinter dir ist auch noch einer, so ein Fuchs. Oder was? Boah, das ist ja voll schwer. Fuchs. Da, der links hat er, links hat er, links hat er, links, der links, neben dir. Ja. Nein, hinter dir, nicht rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anders, komm. Da, der Grüne. Okay, 17 Sekunden, ich schaffe das, ich schaffe das. Oh nein. Go, go. Wie viel Zeit, sagst du mir die Zeit? Zehn Sekunden. Ich will dir lieber nicht die Zeit sagen. Der ist so weit weg. Scheiße. Los, jetzt, jetzt, ja, ja, rum. Schnell, nein, jetzt rücken, jetzt rücken. Nein, nein, schade. Jetzt, jetzt. Oh, scheiße. Das ist vielleicht noch geschafft, Kacke. Oh, das ist ärgerlich. Scheiße, aber es war gut. Da regt man sich voll aus. Ja. Hat das auch kein Spiel für mich, oh Gott. Ich habe ihn ausgeschenkt. Dafür habe ich auch keine Nerven. Das gab aber viel Punkte. Das stimmt. Das glaube ich dir, sagst du so. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe keine Punkte bekommen. Los, gleich nochmal ran hier. Direkt wieder ansteigen. Oh, nee. Das ist aber so spannend. Und du dann immer holen, ey, ey. Du, ey. Hinter dir ist noch ein Punkt. Ich glaube, man muss es gucken. Ich fühlt da eine Eule hinter dir ist noch ein Punkt. Ja, wenn man zuguckt, kann man ja immer besser gucken, ne? Guck mal, zumalst du die Kamera drehen. Oh, ich hatte einen. Ich hatte drei Sekunden vor Schluss einen. Mist. Vor allem ist es so fies, weil ja eigentlich alle gleich schnell rennen, ne? Dann jemanden da zu kriegen. Voll schwer. So ein Hunger. Ach nein. Och bitte, damit habe ich keine guten Erfahrungen. Ich auch nicht. Stimmt. Beide mit dem Schluck. Dieses Rutschen. Das Rutschen. Das wird mir mal zu verhängen. Es ist eigentlich nur die Lücke, die mir mal zu verhängen wird. Vor dem... Und im richtigen Moment da in das Ziel zu springen, ist das auch schwer, weil die Tür da auf geht. Genau, die meine ich. Oh, was ist hier los? Es sind nur noch sieben und drei, die weiterkommen. Voll die Leere, du bist links bei mir, von mir. Oh, geh weg. Hau ab, du Donut. Geh weg. Ja, gut. Au! Ach, verdammt. Ja, ja, okay. Läuft. Läuft. Ach, sind hier nur zwei Türen, die aufgehen? Ey, ey, ey. Ne, die eine dauerte nur zu lange. Ja, okay, ich bin schon beim Schleim. Das ist gut. Ich jetzt auch, aber ich habe Angst vor dem Sprung. Nein, ich bin jetzt noch gefallen. Das gibt es doch nicht. Jetzt bleibe ich ja noch stehen. Nein, ich... Oh, jetzt hüpfig gegen die scheiße Wand. Ich glaube es ja. Und du bist gleich da, du bist da. Ich bin im Ziel. Nein! Ich habe mich als letzter qualifiziert. Wow, das ist krass. Das war 37. Du Glückspilz. Oh mein Gott. Ey, du darfst ja echt nicht einmal scheitern, ne, an dieser Runde da. Na hier, das ist echt schwer. Wenn du da einmal an der Rutsche scheitern... Mann, hast du schon verloren, ne? Krass. Oh nein. Ich hätte es gerne dabei gehabt. Das sind alles so eine Profis. Ja, ich war hinter dir dann. Ich habe dich gesehen, wie du rübergekommen bist. Ich habe mich noch gerade so festgehalten. Ich bin fast nochmal runtergefallen. Also meine Taktik mit dazwischen rutschen klappt nicht, weil ich ja jedes Mal gegen dieses gelbe Ding dann springe. Kling die Wand da. Als Endspiel, da rieche ich mich immer voll auf. Da drehen sich so walzen ineinander und du darfst nicht runterfallen. Boah. Das ist so spannend. Okay. Also. Oh nein. Halte Bälle in deinem Bereich und Punkte für dein Team zu erzielen. Ach, das ist das ja mit den Bällen. Also jetzt weißt du ja, wie geht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie man die richtig bewegt. Ne, ich bin immer nur gegengesprungen halt. Also hochgesprungen und habe versucht, die in Richtung. Ich finde es sehr schwer von der Steuerung her irgendwie zu sagen. So, vielleicht dich mal schnell. Da warst du. Da bist du. 1,30. Lass. Da rennt er. Da wackelt er hin und her. Gott, die sind alle groß. Alle wurscht denn da rum? Alter, ist was los, ey? Was bist du denn? Du bist blau. Die blauen musst du da lassen. Du musst den anderen bellen. Ich versuche den da in unser Nest zu kriegen. Die holen den ja immer wieder weg. So. Wieso schieben die denn in das Rote? Was machen die denn? Also die gelben. Ihr müsst gelbe Bälle rausholen. Die haben fünf gelbe Bälle. Jetzt vier, drei, okay. Ich dachte, wir müssen die Bälle einfach nur in unseren blauen Bereich schieben. Jaja. Aber die schieben die ja wieder zurück. Also du musst quasi immer wieder den Ball zurück ins Blaue kriegen. Oh Gott. Am Ende braucht ihr mehr blaue Bälle als die anderen. Ja. Gott, nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist eine andere Taktik. Also noch ist gleich dann zwischen Blau und Rot. Aber. Komm. Der Blaue muss, der muss zu uns. Ja, ja, ja. Ja, ja, schieb den Roten aus. Ja, das war noch drei Sekunden. Halt die Bälle drin, halt die Bälle drin. Du siehst aber auch echt irgendwie ein bisschen verplant aus. Du bist einfach nur so ein, und er. Grenzt immer nur einen Ball hinterher, du machst gar nichts. Sehr geil. Das seht ihr jetzt. Boing. Also Fußballer, wirst du nicht? Den kick ich jetzt raus. Ja, los, mach. Ja. Nein, der hat er zurückgekriegt. Oh, die Roten. Oh, wir haben verloren. Oh, der hat voll die Boxer-Tour an. Hinter dir, der Typ. Wir haben verloren. Nein. Nein. Ach, schade. Alter, krass, hat der Rot am Ende noch die meisten Bälle plötzlich. Krass. Aber das kommt auch ein bisschen auf deine Teamkameraden an. Ja. Wenn die alle so scheiße sind wie ich. Ja. Tschüss. Nein, das ist Rund. Sind ja kaum Punkte hier. Oh Mann. Ja, also ihr seht, dieses Spiel, das macht einfach so mega süchtig, weil man jedes Mal versucht, einfach besser zu sein und besser zu werden und immer weiter zu kommen. Man findet kein Ende bei diesem Spiel. Was gibt es spannender, als einen Schweif zu haben. Und dicke Bälle. Genau. Und dicke Bälle zu bewegen. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir belassen es dabei für jetzt, für diese Runde. Und wir sind schon ganz gespannt, in welche Spiele wir, äh, gespannt. Welche Spiele wir in der nächsten Runde so, äh, bekommen, ne? Ja. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.